Die zweite Chance Ich schlage vor, du überlegst es dir ganz genau Das ist deine Chance Deiner Tochter endlich zu beweisen Dass du der Held bist Für den sie dich schon lange hält Es geht nicht darum, unsere Welt zu retten Es geht darum, ihre zu retten Scott, ich brauche dich Als Ant-Man Noch eine Frage Ist es zu spät, den Namen noch zu ändern? Wenn ich es schaffe, herrsche ich dann über Asgard? Ja, natürlich Ich werde gerecht sein, aber unbarmherzig Bin gleich zurück